Musik Ich freue mich, dass wir hier bei der Firma Adidas den Deutschen Expertenrat für Besuchersicherheit hier bei der Firma Adidas begrüßen dürfen. Ich finde es wichtig, dass sich eine Gruppe trifft von Experten, über das Thema Sicherheit zu sprechen, um so ein Thema, das wichtig ist für die Besuchersicherheit, auch einmal anzugehen. Musik